Im Januar 2012 zog ein Paar in ein neues Haus. Die darauffolgenden Ereignisse konnten nie vollständig aufgeklärt werden. Hey Baby, du stinkst wie ein Klärbecken! Wir untersuchen paranormale Aktivitäten im Haus der Johnsons in einem Vorort von L.A. Volltreffer in die Geister-Eier! Das kannst du nochmal achten! Ich bin Chip und du musst Malcolm sein. Wahnsinn! Woher weißt du das? Ich bin ein Medium. Haha, er kann Häsin. Und in meinem Körper gibts noch ganz andere Kräfte. Sag, wie weit würdest du gehen, um den Dämon loszuwerden? Ich würde alles tun. Was soll das bringen? Langsam wird's unheimlich. Warum filmst du das, Keisha? Wir sind Gangster! Wir gehören nicht ins Fernsehen! Kann gar nicht erwarten, den Wichser in die Finger zu kriegen. Zeig dich! Geh da nicht rein! Warum ist das hier so leer? Machst du Yoga? Ich hab was gefunden, womit sich der Stress ein bisschen abhauen lässt. Okay, leg los. Oh mein Gott! Was denn? Das war der Hammer! Das war doch der Epo! Warte, hier steckt ne Geisteraustreibung! Oh, sie hat Spider-Man drauf. Ich bin Vater Dark, gekommen dir den Dämon auszutreiben. Weißt du, wie man die Schnitte verbindet? Tic-Tac-Toe, ich hab gewonnen! Der Mundgeruch ist erschütternd. Oh mein Gott, wir müssen erst Ihre Pussy kriegen! Wuhh! 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 Wuhh!